Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen LSPD-FA-Folge. Es tut mir ganz glücklich, dass jetzt ein dieses Bild kommt, dafür kann jetzt wirklich nichts, da ich mit Alt-F9 meine Aufnahmeprogramm starte und es ist leider mit F9 diese Scheiß. Gekoppelt. So, Person mit einem Messer. So, wo ist denn das? Wir haben da einen wunderschönen BMW M4 in der Police Edition und ja, ich freue mich wirklich mit diesem Auto zu fahren. So, ich habe keinen das Video fix oder so etwas mehr an. Okay, ich glaube ich sehe sie schon. Und dann ja. Ähm. Dass ich mein GTA 5 verabschiedet habe und ich den ganzen Scheiß nochmal insulieren musste. Also GTA. Ähm. Ja. Deshalb aber ich kann es wieder fix mehr drin. Und ja, aber ich kann noch keinen insulieren können. Nein, können schon. Und mir hat es noch nicht so wirklich gefallen. Aber auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die neue Folge. Und ja. Also. Ich bin abdrehen. Und wir fahren weiter. Und wir fahren weiter. Oh, die alte habe ich eh angeholt. Jetzt zeig ich das Auto einmal von innen. Schaut schon geil aus, gell. So. Ähm. Was ist der nächste Call? Ja. Fahren wir hier. Als. Hilfe. Oh, Kollege. Nicht von da einfach von der Vorfahrt her. Oh Gott. Stopp Schild. Oh, wie dreht's da. Ähm. Ja. So. Ich sygniere schon den Kollegen. Wir packen einmal hinter ihm. So. Als Newsverstärker. So. Und das muss jetzt so. Und so. Passt schon. Was will. Hm. Ah. Okay. Das Auto wird schnell. Der und der gibt dem ein Ticket. Also Strafzädel. Oder. Wie man so schön sagt. Ein Knöllchen. Und. Hab ich schon fast geahnt. Der Kollege. Schleicht sie. Wir holen uns einmal ein. Euer Support. Und ja. So. Kollege. Stehen bleiben. Ich sag drei mal stehen. Stehen bleiben. Bitte. Geht die. Aber auf jeden Fall. Seht ihr. Der. Der. Motion. Motionplay. Ja. Dann. Habe er. Not dafür. Dass er ein bisschen schener ausschaut. Und ja. So, what the... Ups. Keine Ahnung, was da jetzt war, hey. Ähm, Tanker... Alter! Kollege, stehen bleiben, hey. Wieso ich den scheiß Tanker da zum Stehen bringen, hey? So, wir nehmen einmal eine Pistole. Zerschießen die Reifen. Ich schieße einmal da, dass das Auto einmal aufhört. Das einmal... Ähm... So, Kollege, stehen bleiben! Ja, vollidiot! Behindert! So, Kollege, stehen bleiben, stehen bleiben! So, stehen bleiben! So, stehen bleiben, LSPD! So, auf dem Boden! So ist es fein! Sorry Leute! Ich bin immer noch krank! Ich bin immer noch krank! Leider so! Kollege, du gehst halt mich schön mit mit mir! Du kannst nicht auf dem Boden setzen! Du kannst nicht auf dem Boden setzen! Und dein Kollege wird dich abholen! So! Ähm... Ihr Kollege! Ihr Freund oder... Freundin ist tot! Juckt mich nicht! Das zeigt einmal, wie er das jetzt machte! Oh! Oh! Okay, jetzt geht's mir eh nix mehr! Tschüss! So! Wir fahren mit den Großen jetzt einmal durch die Nacht! Und... заher! Du musst gut empfehlen! Und... ...und... ...und... Man, bedenkt! Ich spiel auf der Tastatur! Ähm... Kollege uggesufen! So! Ähm, naja... Home as Gas Investigation... Äh... schweben das auto kollega die ist tot die alte so was gibt es die alte ist tot so dann nehmen wir fest ich habe zwar nicht so richtig verstanden was er meint aber da sich so in dem Sinne ergeben hat muss ihn ja festnehmen so jetzt sehst du dich auch mal auf dem Boden hey kollega hmmm so dann haben wir meinen Corona Service ja verpiss dich kollega ich brauchte da einen immer mehr weil ich brauch hier ein fähiges Personal oh hat er jetzt nicht gesagt doch Kollege schreckt mich nicht so jetzt kannst du einen Abflug machen so ab gehts so so ich darf nun den Callout das beendet sehen so wir sind nichts wichtiges aber wir fahren auf dem Highway so wie schnell steht da irgendwas ach Gott 60 60 Speed Limit 60 so was hätten wir ähm 60 genau Bluttoleranz ist 65 60 achso ja aber da fahren wir jetzt wie gehen wir und sich da drauf halten hey so wir fahren weiter ohja und 2 11 oh Gott oh Gott ich dräng mich da ein und so achso 40 ja passt das so halbwegs weil ich habe jetzt die Toleranz von 10% eingerechnet oh da ist jemand zu schnell gefahren ups hab ich gesehen so der passt what the fuck so Kollege der raus da bis immer zu sehr so Kollege bitte so komm willkommen so so mein Kollege schau den jetzt aus c u hm so hm 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 Gibt's fixen, oder? Schau den nicht so aus, hey. So, wie hast du den? Ach Gott, hey. Weißt du, was legt mich am Arsch, Speeding, bekommst ein Knöllchen von so viel, bekommst ein kleines Knöllchen, und dann kannst du dich wieder fett schüssen. Das interessiert mich nicht die letzte mal drauf zu holen, irgendwie. Ich überlege einen Moment über was, was wir schreiben. Und abflog. Lass dir pflegen. So, vielleicht hat es mir schon mal gecheckt. Irgendwie hat er jetzt... So. Ah, dann schauen wir mal, was wir für Vorwärts bekommen. Langweilig. So. Sehr schön. Okay. Wie ist das so? Ja, doch. Ramp so? So? 쓸.... Ach Gott, ey. Was mache ich, wenn ich jetzt hier ja mal hinten ausbringe manager-MAN aufsprich? Dos BIND redo. Auf jeden Fall ist das ein Ziel. So, alter Fene, Kollege, stehenbleiben, einmal, meiner armen Dienstwagen, alles wegen dir, du, ja, fahr mir in die Kache rein, so, ja, du, fahr mir aus, naja, so, da ist aber kein Treiber mehr drin, so, den holen wir jetzt, so, na, wir sind ein Kibara, wir brauchen unser Atem, ähm, okay, wirst, ich glaub ja, ich werde helfen, ich schloss, ich brauche das, was haben möchten, ich ein bisschen das nicht, also, so, hier hat er es vor allem gesehen und da kommt es nochmal EnBoot, oder was dort gefallen, ist das gar nicht mehr. Das kann ich auch nicht. Ja, das ist die Sitzerei, ich nicht mehr nah, ja, ich bin mir hier ver BT she exercises, aber ich, so, was gods, ich verschleisten, Nein, Dienstag schon da war wieder. Weg mit der Wuppen soll. Nein, ich brauche nicht. Okay, ein schwarzer Ford-Bus-Teil. 88 SE. Dir vor den D-Richtung, okay. Gut. Wir halten uns einmal an der Verkehrsregel. Und ich bin völlig falsch gefahren, hey. Achso, ups. So, wie kommt man da denn schon mal so? Aber irgendwie finde ich das Motionplay irgendwie so geil, hey. So. Ich habe den Seiten geschaut, da ist er nicht dabei. Ist er schon ein Bogen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube ich sehe ihn sogar. Ja, ich habe ihn gefunden. So, Kollege. Stehen bleiben. So. 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 Like the power. So. 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 Boden, dass sie uns nicht am Arsch gängen und weg damit, die Kollegen kennen sie und sie kümmern und Alter, die Autorität auch extrem aus, voll zusammengestangelte, so, ja, mein Dienstwagen, so, und da ich jetzt da, ja, das sollte ich machen, fast, so, da muss ich, ich muss noch mal ein bisschen schauen, so, Musik, so, Modini, was ist denn da passiert, he, so, ich sehe, ich habe gestorben, das ist gut, super, okay, ich sage jetzt einmal nichts dazu, sondern das, die ganzen Fahrzeuge werden nicht abgeschleppt, und dann können sie sich schleichen, weil, ich weiß jetzt nicht wirklich nicht, wer da ein Unfall gebaut hat, aber ich so, sie werden, sie wird festgenommen, Kollege, ach so, ja, jetzt habe ich das, ja, unter Verdacht deswegen, auf den Boden, äh, schaut da irgendwie witzig aus, so, jetzt können sie wieder loslassen, und, so, ok, Tautruck, nein, nicht wirklich, so, und da ist jetzt auch irgendwie vorbei, ist, oh, die kann noch vornheu, so, ähm, acht, So, passt schon. Wir fahren weiter, ich weiß nicht woher ist, oder? Scheiß. Wann ich? Was ist das? Kein Plan? Okay. Einmal. Einen Gefangenentransport. So, preis, so, preis, so, oder? Ja, musste schon schlecht bleiben, aber. So. Wow. So, jetzt braucht es eh keinen Transport mehr. So, was ist denn da los hier? Nein. Kollege, Autofahren kennst du. So. Was ist denn jetzt hier wieder kaputt? Das war schon. Okay. Okay. So. 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 Kollege. Dann 0 genau. So. WTF. Das Auto hat mir jetzt eh schon etwas mehr aussehen. Und. So lassen wir das Auto mal pflegen. So. los? Na ja. Da fahren wir mal jetzt so in im Gefängnis, und dann wäre das ... soll schon wieder Schichtende. Ja, so ... What the fuck. 만들어 die Handwerk? Ich hab mich nicht in der ersten Kau oder wie? Ok... Ich hab hier... HETTA! Sturz! Ich hab jetzt ein bisschen überdrehen sollen... Ok... und lasse fliegen, nicht, wow, perfekt abgebogen, höhe, und, drum, wo der fuck, ich glaub da hinten, muss, driften, driften, ich hab keinen Plan, wie das funktioniert, ah, jetzt da, funktioniert ja eh, so, das machen wir schon alleine, wir bringen den ins Gefängnis, so, Kollege, du kommst nicht, so, welche Wüsten haben, da ist eine, hey, Kollege, mitkommen, hey, so, wir haben hier einen Toten, ups, das war nicht meine Absicht, so, mit diesem wunderstehenden Bild verabschiede ich mich hiermit, so, die Leiche, es gibt keine Leiche, ähm, ich steh mich jetzt, ich glaube, ich steh mich so her, ähm, so, das bleibt jetzt nicht, so, perfekt, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, und, tschüss, bis dann, euer Abflug.